Aua! Wie denn? Wie denn? Wie, wie? Wie, wie? Wie Das Ding regt nicht auf! J Barrie! Das war's für heute. mehr nicht noch mal das muss jetzt nicht unbedingt sein oder was für ein scheiß ist das komm der typ hat noch nein warte mal was ist mit einer grafikgranate zu spät ja wie soll ich den bekommen pappkarton dölfass panzerbüchse das geht nicht äh mhm mhm ja ist ja gut na passen mhm scheiß kann man gegen diesen cyborgs machen mhm mhm implementieren okay mhm 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 10% Scheiße Ah, so Das ist gut. Wenn mich der einmal trifft, habe ich verlohren. Ja? Ernsthaft? Neustart? Was hätte ich machen sollen? Ah, gut. Was? Neustart. Was kann man dagegen tun? So, hier. Nochmal. Jetzt weiß ich, was ich machen muss. Zack. Lauf. So. Ja, okay. 15 Minuten sind etwas viel. Okay. Ja. So. 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 dtohin. den ja den körper möchte ich noch anpassen so einmal leben leben 20.000 60.000 habe ich kann ich leben kaufen fälligkeiten auch jetzt nicht so sekundärwaffe 10.000 aber kommen die klinge muss besser werden dann energieverbesserung energieverbesserung brauche ich jetzt nicht so stark eigentlich brauche ich mir schaden ja dann nehme ich lieber verringerung der benötigten energie ist immer etwas besser ich habe noch 40.000 4.000 das ding kostet 200 inferno panzer war nein das war weißer panzer das war spezialkörper den weißen panzer könnte ich auch noch mal kaufen also der da denn denn hier regeneration ist gar nicht mal so schlecht am nächsten mal würde ich einfach sagen für heute würde ich aber sagen reicht das denn also für mich reicht das heute und deshalb sage ich bis zum nächsten mal hau rein zum nächsten mal zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020